Was tut man, wenn man nie zufrieden ist, sich immer weiter steigern möchte? Wo fängt man an? Am besten ganz vorne, auf einem weißen Blatt Papier. Ergebnis? Das stufenlose Klaas Getriebe EQ200 für die Arion 600 500 C-Matic Baureihe. Eine Eigenentwicklung von Klaas mit einer einzigartigen Kinematik. Das stabile Gehäuse überträgt die gesamten mechanischen Belastungen. Weitere Verstrebungen sind überflüssig. Das intelligente Gehäusedesign des Getriebes vermeidet Planschverluste und erhöht den Wirkungsgrad. Trotzdem stehen bis zu 40 Liter Öl für hydraulische Abnehmer zur Verfügung. Das Getriebe zeichnet sich durch einen einfachen, klaren Getriebeaufbau aus und somit einer cleveren Kombination von Hydrostat, Stufenplanetengetriebe und einer Kupplungseinheit. Die hydrostatische Einheit besteht aus zwei hydraulischen Weitwinkelmaschinen. Diese arbeiten abwechselnd, je nach Fahrgeschwindigkeit, als hydraulische Pumpe oder als Motor. Wie in jedem leistungsverzweigten, stufenlosen Getriebe wird die Kraft des Motors auf einen mechanischen und einen hydrostatischen Bereich verteilt. Dies geschieht mit Hilfe von Planetengetrieben. Im Klaas EQ200 kommt dafür aber nicht nur ein einfaches, sondern ein Stufenplanetengetriebe zum Einsatz. Dieses Stufenplanetengetriebe ist über die beiden Lamellenkupplungen intelligent verschaltet. Dadurch ergeben sich nicht nur zwei unterschiedliche Fahrstufen, sondern es ändert zusätzlich die Funktionsweise des Getriebes bei deren Wechsel. Das Getriebe hält den Traktor im aktiven Stillstand fest. Dabei muss der Fahrer weder die Kupplung noch die Betriebsbremse betätigen. In der ersten Fahrstufe kann der Traktor anfahren oder reversieren, ganz ohne mechanische Schaltvorgänge im Getriebe und immer ruckfrei. Gleich sehen wir den automatischen Wechsel von Fahrstufe 1 zu 2, was in Wirklichkeit gleichzeitig und in Sekundenbruchteilen abläuft, schauen wir jetzt einmal im Detail an. Während mit voller Kraft beschleunigt wird, nähern sich die Drehzahlen der beiden Kupplungswellen immer weiter an. Es kommt ohne aufwendige elektronische Regelung zu einem perfekten Synchronpunkt im Getriebe. Hier wechselt die Lamellenkupplung automatisch und für den Fahrer unmerklich in die zweite Fahrstufe. Jetzt verändert sich der gesamte Kraftfluss im Getriebe. Die Aufgaben der hydraulischen Maschinen werden getauscht. Der Motor arbeitet nun als Pumpe, die Pumpe arbeitet als Motor. Hier zeigt das Stufenplanetengetriebe seine ganzen Fähigkeiten. Es teilt nicht mehr nur den Kraftfluss in mechanisch und hydraulisch, sondern führt beides im Anschluss wieder zusammen. Durch diese beiden Fahrstufen stehen Ihnen die besten Technologien aus zwei Getrieben in einem einzigen zur Verfügung. Was bedeutet das alles für Sie? Sie stehen am Hang im aktiven Stillstand, wechseln die Fahrtrichtung ruckfrei und können einfach und sicher anfahren. Die Beschleunigung ist von 0 bis 50 kmh absolut gleichmäßig und kraftvoll, auch unter maximaler Last. Der Fahrstufenwechsel erfordert kein Eingreifen des Fahrers. Und das Beste? Sie bemerken ihn überhaupt nicht. So nutzen Sie automatisch die Vorteile aus zwei unterschiedlichen Getrieben in einem. Mit dem Arion 600 500 C-Matic arbeiten Sie deshalb immer im optimalen Bereich, egal welche Geschwindigkeit oder Kraft Sie gerade benötigen. Die hohe und gleichmäßige Wirkungsgradkurve des stufenlosen Glasgetriebes gewährleistet immer einen niedrigen Kraftstoffverbrauch und optimiert die Leistungsfähigkeit in allen Einsatzbereichen. Spezielle Arbeiten bei sehr geringer Geschwindigkeit, Bodenbearbeitung, Zapfwellenarbeiten und vor allem auch Transporte. Gerade dort punktet der Arion 600 500 C-Matic mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 50 kmh bei nur 1500 Umdrehungen. Schon erstaunlich, was auf einem weißen Blatt Papier alles entstehen kann. Ein neuer Maßstab für stufenlose Traktoren zum Beispiel. Musik 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 Vielen Dank.